willkommen zum langen sinnteil 2 zu wie man ein einhorn zeichnet ich werde jetzt anfangen keine ahnung was ich mache ich glaube keine ahnung so im körper mache zeichnet auch scheiße egal das wird schon passen brauchst du irgendwelche schwanz und dann diese beine da genau das schon zum gesicht im prinzip kann so keine ahnung fälle auch machen kann das sind nettes lächeln kann man machen wahrscheinlich am besten mit einer anderen farbe so einen schönen rot ja so einen schönen rot ganz schönem rot heute auch mehr schöne farben machen keine ahnung was das ist keine ahnung was noch dieses schöne horn das sieht ja aus das sind natürlich ein horn das sieht nicht aus wie ein keine ahnung so ein helm da ist so keine ahnung so ein pyramiden helm natürlich nicht das ist keine pyramide oder das ist ganz normale ganz normales horn ich kann nicht mehr aber ich weiß nicht ich habe zu viel ich bin ich bin ich bin nicht mal betrunken oder so und es ist nicht mal null uhr also ist mir noch nicht komplett am arsch ähm ja deswegen in diesem Video ist das Video ich weiß nicht was ich machen soll ich glaube ich auch nicht zuhause etwas was ich trinken sollte ja jetzt ist es echt besser wenn man betrunken ist das muss ich einfach akzeptieren ich habe das gefühl es ist nicht bei 12 nein da war da war ich da war ich 14 ja ich weiß nicht ob es war ja let's go das perfekte einhorn ich muss jetzt auch schneiden ja egal wisst ihr was ich werde ein neues einhorn zeichnen das diesmal besser ist ok jetzt diesmal werde ich nicht verkaufen es ist jetzt neuer tag ist eigentlich immer noch nicht hier und sonst war aber ich werde mich jetzt ich weiß keine ahnung 8000 mal drehen damit ich mich komplett behindert fühle oh scheiße oh oh scheiße oh scheiße äh es ist schon nicht ähm neue zeichnungen ok oh scheiße äh ähm ja äh körper keine ah das hier ich begrafen warum ich das kenne ähm das zeichn ich überhaupt äh warte ich muss ich muss ja aufstehen ähm scheiße ich strebe mich noch mal ein bisschen wieder ok jetzt kann ich weiter ähm hier die scheiß falsche Richtung äh hier die äh ok scheiße ok äh und die Kopf und dann das Horn fertig oh scheiße ich scheiße ich fälle nach vorne perfekt äh aber was mach ich da Vielen Dank.